Überall stehen sie in Berlin. Die Aufsteller für ein klimaneutrales Berlin bis 2030. Am 26. März 2023 können die Berliner bei einem Volksentscheid darüber entscheiden. Aber Moment mal, klimaneutral bis 2030? Das sind ja nur noch siebeneinhalb Jahre. Glauben wir wirklich, dass Berlin es bis dahin schafft, Klimaneutralität in der ganzen Stadt zu erreichen? Da hat die Stadt so einige Pleiten, Pech und Pannen erlebt, wenn man da an das Großprojekt BER in Schönefeld denkt. Na man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. So jedenfalls werden wir es wohl nicht schaffen. Amen.